ja sehr gut ich lauf langsamer wir bringen jetzt sicher zu den zu den heißen quelle gleich ja ich will doch nur kurz noch mal was gucken hier dunkelschuppe so er ist nicht tot er lebt noch bin sehr glücklich darüber wo ist trage ich jetzt den ganzen weg wird eine lange reise die meisten monster berge killt und Oh, 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 oh. Klappe, du hast hier nichts zu sagen. Du musst dich mir unterordnen hier. Außerdem, ihr Pappnasen laufen schon falsch. So ein bisschen kann sie aber auch laufen, komm. Wir joggen ganz gemütlich. Ich gehe nämlich jetzt auf den direkten Weg zu den heißen Quellen, damit wir nicht wieder verlieren und wieder und wieder. Ich habe es zu dir. Ich habe es zu dir. Ich habe es zu dir. Aber zumindest weiß ich, dass ich auf der Herausforderung bin. Wir müssen nicht auf die Hände stellen. Ich habe es nicht zu lassen. Ich habe es nicht zu lassen. Ich habe es nicht zu lassen, dass ich dich noch nie zu lassen, um zu kommen. Ojeba. 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 Bitte nicht. Ojeba. 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 So, da ist er. Sehr gut. Passt diesmal ganz genau auf, dass er mitkommt. Ich schubst ihn jetzt nicht runter, dass er stirbt. Bitte. Leute, lasst den alten Mann vor. Lasst ihn vor. Oh Gott. Ähm, dich wollte ich jetzt nicht. Also später, aber... Oh Mann. So, schmeiß dich jetzt ins Wasser. So, wir haben's geschafft. Yes. Ich drück den um? Ja, dann have fun im Bad und so. Ja. Hä, wo kommt die denn her? What the fuck? Hat die ihn da gestalkt? Aha. Warum hast du auch eine Waffe hinter dir? Ja. 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 Du hast eine geile Klasse freigeschaltet. Gott sei Dank war er nicht tot. Gut. Und so. Du wolltest unbedingt machen. Du wolltest unbedingt machen. Paradox des Schützen. Oh, geil. Nice. He. He. Was muss ich denn bei dem hier machen? Der will irgendwas zu saufen haben. Und die stärksten Scale im gesamten Spiel. Das klingt gut. 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 Ich weiß sie noch nicht, ob wir da hängen. Oh. Das ist natürlich übel, Chloe. Wegen dem Gewitter jetzt, oder was? Also ich nehme mal an. Ich weiß sie noch nicht, ob wir da hängen. Ich weiß sie noch nicht, ob wir da hängen. So. Dann hätte sie schon mal alles gelernt. Er wird einen niederschlagen. Widerstand. Jetzt wird die Rater mit den Gegenständen verderben. Er wird die Wahrscheinlichkeit mit seinen Angriffen Schwächungen zuzufügen. Oh. 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 Oder ich nehme das. Okay. So. Mal wieder einlagern. nie keine ahnung warum genau das gewitter war nur der eine donner dann war ende okay dann weiß ich auch nicht kritisch durch praktisch erstmal weg weil das macht meinen ganzen platz hier weg auch ich kann noch nicht mag immer ist auch komplett voll ja aber ich erlöse dich hast du dafür eine rüstung bei dir die käfer muss gleich raus so entnehmen gucken wir mal so ich wollte die mitnehmen so 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 Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt mal die Käfer essen. Perfekt. So. Was möchtest du denn? Was ist los? Was will sie von mir? Wo lockt sie mich hin? Wo lockst du mich hin? Ich weiß nicht, wo sie mich hinlockt. Ich folge immer. Wahrscheinlich auch ins Verderben. Schön in die Gegner rein. Cool. Dankeschön. Die Gegner. Ich schaue dich. Ich schaue dich. Ich schaue dir deine Geist. Ich schaue dir deine Geist. Der Ehre ist die Geist. Das ist der Ehre ist der Ehre ist. Ich schaue dir dich, dass wir uns nicht komplett beendet. Das Kampf fortsetzen. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war ja gefühlt eine Falle hier. Dankeschön. Jetzt, wo geht's denn weiter? Ja, 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 in die nächste Gegner Welle rein oder was? Schlag die gleich. Ja, ich komm ja schon. Ja, ich komm ja schon. So, ja, ich komm ja schon. Ja, ich komm ja schon. Das war's der Flames, der Korte ist zu lange. 500 gold hey man verdiene ich gerade ein bisschen geld ist ja schön sehr gut weiter geht's wo führst du uns jetzt hin ja ja du führst uns jetzt aber wieder ja gut da wollte ich sowieso lang tatsache eigentlich gar nicht so schlecht sie läuft aber immer in die gegner reinde du misst stück es macht sie mit absich ja ja Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und weiter? Hey, das war jetzt nicht der Weg, oder? Ich weiß ja nicht. Oh, ein Feuer-Blob, das ist ja gar nicht gut. Achtung, Feuer-Blob! Sehr gut. Schön Wind drauf. Das war smart. Schaumiger Schleim. Da ist noch einer. Nicht mehr. Okay. Jetzt lockt ihr mich... Warte mal, war da vorne nicht sogar der Drache? Äh, Blobs? Überall Blobs? Ah! Aua, ich brenne! Nein, warum stirbst du? Das sieht ja gar nicht gut aus. Oh-oh. Ah! 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 Gott, das wäre nie. So. Er überlebt irgendwie, aber war da vorne nicht sogar der Drache? Es ist gut. Au-oh. Erg. Und du warst. Ich warst. Wenn du kannst. Ich warst. Boah, da sind ja richtig viele von denen. Nee. Was gibt's da vorne? Guck mal kurz. Ach, nicht schon wieder. Ah, wo kommst du denn hier? Okay, Irla besiegt. Ich wollte doch nur gucken, was hier so schönes ist. Aber hier unten ist es voll scheiße. Ah, Sonnenuntergang auch noch. Scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die mich hier hinführen wollte. Hier unten ist nichts, außer Tod und Verderben. Ich merke schon. Genau da will sie mich hinlocken. Ich bin locken. Aha. At last we've arrived. Delivery in hand. We ought to make the delivery now. Okay. That was the flame. The torch is too late. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwie so eine Höhle oder irgendwas ist. Die sind nur so eine Blobviecher. Ich glaube, ich gehe wieder nach oben. Sie will nicht mehr nach oben. Diese Pilze. Ich liebe diese Pilze. So, ich glaube, da vorne ist auch irgendwo der Drache. Die Echse meinte ich jetzt nicht. Aber hier unten. Da ist er. An denen werde ich irgendwann nicht mehr vorbeikommen. Oh, das sieht gerade geil aus mit der Sonne. Cool. Aber ich wollte zum Ort zurück. Es wird jetzt eh dunkel. Aber schon mal zwei Level gemacht, finde ich ganz gut. Ist schon wieder Action? So, wo ist denn der... Da ist der Heiltranktyp. Ich will mal gucken, was er so zur Auswahl hat. Hallo. Ein Reisestein. Mhm. 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 Hallo, Blind Witch. Ja. 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 Ich bin nicht bereit. Darauf war er nicht vorbereitet. Wow. Oh. So. Fein, fein. Dann gehen wir mal hier schlafen. Ja, ich hasse mal. Boah, ich bin halt so müde, das ist nicht nervig. Okay, dann gucken wir mal. Also ich würde eigentlich schon gerne noch ein bisschen weiter hier erkunden. Ähm. Ist uns doch echt hier wie? Hm, no. Ja. Ich bin froh, dass ich dich auf deinem Seite behebe. Wee! Schau, nach! Knackers! Absolut? Nein. Schade. Hier ist auch nichts. Nee. Oh, 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 Makima! Warum? Warum machst du das, Arisen? Weil du dumm bist! So, da geht's nicht weiter, weil da ist die Klippe. Ich schätze mal hier auch nicht, weil hier ist... Ist das ein Meer oder so? Falls da nach Haus. Kann wir sonst mal gucken. Ansonsten ist hier halt gefühlt dead end. Ah, da ging's doch... Da ging's doch wieder runter zu den Minen, ne? Hm. Da geht's auch noch weiter. Ja, ich glaube, ich muss langsam Drachen jagen. Komm nicht mehr drumherum. Rüppchen. Wieso das denn dick? Gn-Durk. . Untertitelung des ZDF, 2020